Guten Tag, mein Name ist Thomas Schmitz. Ich lehre an der Universität Bonn griechische Philologie. Ich interessiere mich vor allem für die Rezeption der Antike. Und auf diese Weise bin ich hier in dieses trinationale Kolleg Gründungsmythen Europas gekommen, mit Austauschen, die ich großartig finde, mit Kolleginnen, Kollegen, Doktoranden aus allen drei Ländern. Ich bin immer noch ganz glücklich, wir haben gerade unser Atelier zu Ende gebracht und es ist fantastisch, wie wir hier diskutieren konnten. Buongiorno a tutti, ich bin Michela Landi, ich bin Docente von Franschen Literatur an Universität di Firenze. Ich bin als Franschen und comparatist in der Interdisziplinäre Interdisziplinäre Literatur und Art, insbesondere Musiker, bin ich sehr glücklich, dass ich dieses Trinazionale-Mittifondationer Europäerinnen und Art und Literatur. Die heutige Zeit, die heute an diesem Trinazionale-Mittifondationen, hat uns sehr glücklich gemacht. Und natürlich, wir hoffen, dass wir in einem Zukunft für dieses Dottorat. Hallo, ich bin Véronique Gehli, ich bin Professeure de Littérature Comparée, hier in der Faculté des Lettres von Sorbonne-Universität. Und wie meine Kollegen, ich m'occupe, ich koordinere, für den Kötet français, dieses Drinazionale-Mittifondateur Europäer in der Literatur und in den Art. Wir haben also gewonnen, den Atelier der 2022-Mittifondationen, die uns in diesem Ort befinden uns in diesem Ort, in diesem Ort, und wir hoffen, natürlich, dass der Zukunft noch weitere Jäuze und Découverte Intellectuelles, auch fruchtvolle, wie heute heute. Vielen Dank an alle! Vielen Dank.